Armut und Überbevölkerung Gibt es einen Zusammenhang? Unendlichkeiten Zwei Dinge sind für ein auf Geld, also monetär basierendes Wirtschaftssystem, unendlich. Der Markt und die Ressourcen Erstens, es gibt immer Menschen mit Geld, die kaufen. Und deren monetäre Ressourcen sind ebenfalls unendlich. Daher ist es nur die Frage, bei welchem Preis und unter welchen Bedingungen sie bereit sind, diese herzugeben. Menschen ohne Geld existieren im aktuell herrschenden Wirtschaftssystem nicht. Astrophysiker haben für die steigende Ausbreitungsgeschwindigkeit des Universums immerhin dunkle Energie und dunkle Materie erfunden, um ihr Modell erklären zu können. Die Finanz und ihre Wirtschaftswissenschaft ignoriert Menschen ohne Geld einfach, damit ihr Modell stimmt. Zumindest so lange, wie sie keinen Vorteil daraus ziehen können. Zum Beispiel mit werbewirksamen Spendenaktionen oder anderen Kampagnen, mit denen von den Machenschaften ihrer Industrien abgelenkt und diese in ein positives Licht gestellt werden können. Sie legen ihren Fokus und den Blick der öffentlichen Information und auch in ihren Lehren und Bildungsanstalten einfach dorthin, wo Geld vorhanden ist. Zweitens, es gibt immer etwas zu verkaufen und immer Produkte. Es ist bekannt, dass die Endlichkeit eines Planeten bisher ignoriert wurde. Doch einige Unternehmen haben schon längst den Weltraum als unendliches Rohstofflager entdeckt. Bitte betrachten Sie folgendes einmal nüchtern und mit einem gewissen inneren Abstand. Laut einem aktuellen Narrativ soll der Mensch mit einer verhältnismäßig geringen CO2-Produktion über die Jahrhunderte hinweg das Klima der Erde zum Nachteil des Menschen verändern. Nehmen wir das mal als gegeben hin. Nach einem neuen Narrativ soll der Mensch mit einer Umverteilung verhältnismäßig geringer Mengen Wasser, genauer Grundwasser, über die Jahrhunderte hinweg, also eher langsam, die Erdachse verlagert haben und so ebenfalls das Klima beeinflusst. Nehmen wir auch das mal als gegeben. Nun will die Industrie über künftige Jahrhunderte Rohstoffe, also Materie und damit Masse, von anderen Himmelskörpern auf die Erde transportieren und damit neue Produkte erzeugen oder bereits im Allproduzierte auf die Erde bringen. Das bedeutet, mit jedem Kilo außerirdischen Materials erhöht sich die Masse der Erde. Laut Einstein und Newton gibt es einen Zusammenhang zwischen Masse und Gravitation. Wenn also die Masse der Erde langsam aber stetig zunimmt, soll das im fragilen Gleichgewicht der andererseits enormen Kräfte unseres Sonnensystems keinen Einfluss haben? Denken wir an die Narrative von CO2 und Grundwasser, bei denen schon geringe Mengen ausreichen, um angeblich Gewaltiges zu bewirken. Das soll beim Zufügen außerirdischer Masse nicht so sein? Faszinierend. Ich bin mir ziemlich sicher, solange irgendjemand daran Milliarden verdient, wird es laut Wissenschaft auch keine Auswirkungen haben. Und diese wird daran mitverdienen. Werden die Auswirkungen ganz plötzlich und unerwartet spürbar, sind die Kunden schuld, welche ja die Produkte kaufen. Die Industrie, welche diese Produkte herstellt, Werbung dafür macht, uns zuvor erklärt, wie harmlos alles ist und sie auf dem Markt anbietet, ist daran völlig unschuldig. Sie muss ja schließlich von irgendetwas leben. Wenn aber die Kunden dieser Weisheit folgen und keine dieser Produkte kaufen, müssen sie dann nicht von irgendetwas leben? Und welche Theorie stimmt denn nun? Dass der Mensch mit geringsten Einflüssen Gewaltiges bewirken kann, wie beim CO2? Oder dass der Einfluss des Menschen so gering ist, dass das unerheblich ist, weil die natürlichen Kräfte wesentlich gewaltiger sind? Beides kann nicht gelten. Und es gilt auf keinen Fall so, wie es der monetären Wirtschaft gerade passt. Die Natur ist definitiv unbestechlich. Garantiert. Der Ressourcenmangel Die Angst, sich nicht mehr versorgen zu können Mit Neuem wäre ja nicht so schlimm, aber mit Gewohntem und ganz besonders mit Nahrung Immer wieder wird gedroht, die Ressourcen werden nicht reichen, wenn alle Menschen so leben würden, wie die westliche Welt. Und es wird vorausgesetzt, dass das auch alle wollen. Sonst kämen ja nicht die ganzen Wirtschaftsflüchtlinge zu uns. Aber dem ist ganz und gar nicht so. Nicht alle Menschen wollen so leben, wie die europäischen Einheimischen. Sonst gäbe es keine Probleme mit der immer wieder thematisierten Anpassung. Zudem ist schwer zu definieren, wie der Durchschnittseuropäer denn so lebt. Denn auch hier leben nicht alle gleich. Eine gleichartige Lebensweise lässt sich nicht einmal innerhalb des Bundeslandes einer Nation beobachten. Menschen in ländlichen Gebieten leben anders als Menschen in Städten. Menschen in Gebirgen anders als Menschen in weitläufigen Ebenen oder am Meer. Menschen auf Sizilien anders als Menschen in der Normandie. Richtig ist, alle Menschen wünschen sich zunächst ein Leben ohne Mängel. Wie bereits thematisiert, sind aber Mängel für das Funktionieren eines Geldsystems erforderlich. Mängel sind zwingende Anreize und Antriebe zum Arbeiten und zum Kaufen. Um kaufen zu können, braucht es Produkte. Und um produzieren zu können, braucht es Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Und die Wirtschaftsflüchtlinge entstehen durch die Ausbeutung der Herkunftsländer, durch die Industrieländer. Durch Billiglohn, durch angeheizte Kriege, um billig an Ressourcen zu kommen, mittels Umweltverschmutzung durch gelieferten und billig entsorgten Zivilisationsmüll. Und mit der angstvoll ausgesprochenen Behauptung wird auch klar, wer die Ressourcenverbraucher sind. Die Industrieländer, die eben meistens ein weit geringeres Bevölkerungswachstum haben als andere Länder. Aber wer verbraucht da? Können Sie in Ihrem Umfeld bei Ihren Mitmenschen feststellen, dass diese jedes Jahr mehr verbrauchen? Zum Beispiel, dass sie letztes Jahr mehr gegessen haben als im Jahr davor? Dass sie jedes Jahr mehr Kleidung gekauft haben, mehr elektronische Geräte, mehr Möbel, mehr Autos? Wie viele Autos gibt es in den Haushalten in Ihrem Umfeld? Und stieg diese Anzahl in den letzten fünf Jahren alljährlich an? Ich gehe nicht davon aus, dass sie, besonders die letzte Frage, so richtig mit Ja beantworten konnten. Natürlich, wenn die Kinder erwachsen werden, leisten sie sich vielleicht irgendwann ein eigenes Auto. Aber selten jedes Jahr und noch weniger jedes Jahr mehr. Und sie gründen irgendwann auch einen eigenen Haushalt. Demnach stellt sich die Frage, wer verbraucht jedes Jahr mehr Ressourcen? Zur Erinnerung. Ein verkauftes Produkt ist für den Händler uninteressant. Für ihn zählt nicht der Nutzen, sondern der Gewinn. Daher muss er permanent verkaufen, um Umsatz und Gewinn zu generieren. Und das muss jedes Jahr mehr werden. In vielen Bereichen der Industrie, zum Beispiel bei Textilien und Spielwaren, ist es bereits gängige Praxis, ein Produkt so billig herzustellen, dass der Break-Even-Point, also die erforderliche Anzahl verkaufter Stücke, mit welcher die Produktionskosten gedeckt sind, möglichst schnell erreicht ist. Was dann noch verkauft wird, ist nur noch Gewinn. Was nicht verkauft wird, wird nicht etwa wiederverwertet, sondern landet im Müll. Und zwar tonnenweise. Sie selbst spüren dieses Verhalten, wenn Sie sich im Versandhandel verkauft haben und das Produkt nicht zurückschicken sollen. Das Behandeln einer Retoure wäre deutlich teurer als der Verlust der Einnahmen allein. Und dennoch sind in diese ganzen weggeworfenen Produkte, Rohstoffe und Arbeitskraft eingeflossen. Nutzlos. Und diese industrielle Müllproduktion steigt tatsächlich messbar jedes Jahr an. Diese beiden Beispiele industrieller Praxis sind beobachtbar. Und doch nur zwei von sehr vielen Beispielen, welche eine ständig steigende Nachfrage vortäuschen sollen, die offenbar doch nicht vorhanden ist. Immer noch gilt die Doktrin vom erforderlichen permanenten Wachstum, das immer noch von den Wirtschaftswissenschaften kommuniziert und von kreditgebenden Banken von den Betrieben verlangt wird. Und richtig? Ein Geldsystem erfordert das durch seine Funktionsweise. Innerhalb der Geldlogik kann kaum anders gehandelt werden. Es zeigt weiter, die aktuellen Absatzmärkte sind gesättigt. Neue Absatzmärkte können nicht gefunden werden. Verständlich im Weltmarkt. Vielleicht ist deshalb das Interesse an der Suche nach Außerirdischen so groß. Ich meine von Menschen, die eigentlich gar nicht daran glauben, dass man welche findet. Sie hoffen vermutlich, dadurch neue Kunden zu bekommen. Ohne neue Märkte bricht das System zusammen. Überbevölkerung Jedes Jahr legt das Global Footprint Network, eine NGO, den Earth Overshoot Day fest. Das ist der Tag, an dem die Menschheit von der Erde mehr genommen hat, als der Planet in einem ganzen Jahr regenerieren kann. Diesen Tag halte ich für nicht besonders aussagekräftig. Denn er bezieht sich nur auf biologische Ressourcen. Mineralische und metallische Ressourcen werden ausgeklammert. Klar, wie regeneriert die Erde zum Beispiel abgebautes Erz oder Uran? Das braucht deutlich mehr als ein Jahr. Nämlich ein paar Jahrmillionen und ziemlich viel Druck. Natürlich kann man das auf ein Jahr herunterrechnen und der Overshot Day für Eisen dürfte damit innerhalb von Minuten erreicht sein. Und nur biologische Ressourcen heranzuziehen, halte ich für irreführend. Ich denke daher, dass dieser Overshoot Day kein brauchbares Maß dafür ist, den übermäßigen Verbrauch von Ressourcen darzustellen. Aber er eignet sich hervorragend dazu, um der Weltbevölkerung Angst und ein schlechtes Gewissen einzureden. Man arbeitet mit Emotionen, nicht mit Fakten. Richtig ist, dass im Moment verschwenderisch, wenig schonend und wenig rücksichtsvoll mit den Ressourcen der Erde umgegangen wird. Und dieser Ressourcenverbrauch beschleunigt sich rasant. Permanent wird davon gesprochen, dass wir Menschen sparsamer mit diesen Ressourcen umgehen müssen. Die Industrie schiebt die Schuld auf die Verbraucher, die immer mehr kaufen, sonst würde man ja nicht mehr produzieren. Und auch die steigende Weltbevölkerung, welche einen steigenden Bedarf zur Folge hat, sei Schuld daran. Sonderbarerweise sind die Länder mit dem größten Ressourcenverbrauch die Länder mit dem geringsten Bevölkerungswachstum. Wenn ein Zusammenhang zwischen Bevölkerungswachstum und Ressourcenverbrauch bestünde, müsste das dann nicht umgekehrt sein? Zu diesem Schluss kommt inzwischen auch die ARD in einem Artikel vom 9.03.2023 mit dem Titel Die Angst vor der Überbevölkerung, die sie allerdings die letzten Jahrzehnte mit geschürt hat. Aber gibt es denn eine Überbevölkerung? Richtig ist, Die menschliche Bevölkerung der Erde wächst so rasant wie der Ressourcenverbrauch der Industrieländer und die Müllberge auf dem Planeten und um ihn herum. Viele Menschen befürchten und verbreiten, dass es zu viele für die Erde werden. Und nimmt man das Weltbild der Medien an, welche von der Geldelite gesteuert werden, könnte man das glauben. Diese glaubt übrigens ihr eigenes Narrativ und strebt danach, die Weltbevölkerung auf 500 Millionen zu reduzieren, auf verschiedenste Art und Weise. Selbstverständlich ist das nur eine Verschwörungstheorie, welche der Begründer eines IT-Großunternehmens geäußert hat, mit dessen Software sämtliche Behörden und Ministerien der USA, der Europäischen Union und vieler anderer Länder, Medien-, Pharma- und Lebensmittelkonzerne arbeiten, an denen er beteiligt und inzwischen der Hauptfinancier der WHO ist, geäußert hat. Der Welternährungsbericht von 2009, der leider nicht mehr verfügbar ist, spricht jedoch, dass die Erde mit moderner, also konventionell industrieller Landwirtschaft allein, weit mehr als zwölf Milliarden Menschen ernähren könnte. Das war der Geld-Elite unangenehm und so verschwand der Bericht recht zügig in den Archiven der Institutionen. Betrachtet man die Fortschritte und Erkenntnisse in der sehr umweltfreundlichen Permakultur, kann man von Nahrungsmangel nicht sprechen. Wir wissen, dass ein Überangebot von Nahrung die Preise fallen lassen würde. Aus diesem Grund werden Lebensmittel produktionsfrisch vernichtet. Nimmt man noch die Mengen hinzu, die täglich im Lebensmittelhandel weggeworfen werden, ist die Menschheit trotz ständiger Vermehrung weit weg von einer existenzbedrohenden Lebensmittelknappheit. Diese wird eher künstlich erzeugt, um den Markt am Laufen zu halten. Denn Lebensmittel sind Waren. Waren haben einen monetären Preis. Und dieser steigt mit der Knappheit einer Ware. Menschen ohne Geld können keinen Preis bezahlen, egal wie klein er ist. Wenn Menschen sich in ihrer Existenz bedroht sehen, können sie sehr ungemütlich werden. Und wenn sie eine systemische oder sogar systematische Bedrohung sehen, können sie sich zu Organisationen zusammenschließen. Ob diese Bedrohung reell oder nur von anderen zu deren Nutzen vorgetäuscht wird, ist für das Ergebnis irrelevant. Es kommt bei Bedarf zu bewaffneten Konflikten. Menschen sterben. Und dieses Sterben, sowie die mit den Konflikten verbundene Umweltzerstörung, haben die Ursachen in generierten Mängeln. Naturkatastrophen sind nach meiner Auffassung weitere Hilfsmittel, welche den Geldpropheten in die Hände spielen. Und sie haben den Vorteil, dass es keinen Kriegstreiber gibt. Es sind eben höhere Mächte, auf die man, bis auf das CO2 und die Grundwasserverteilung, keinen Einfluss hat. Platzmangel Wer in Tokio, Johannesburg, Berlin, New York oder Kairo lebt, kann durchaus den Eindruck gewinnen, dass es viel zu wenig Platz auf der Erde gibt. Menschen aus ländlicheren Gebieten haben da einen ganz anderen Eindruck. Mehrere Mathematiker haben errechnet, dass auch die aktuelle menschliche Weltbevölkerung nicht mal das Gebiet des US-Bundesstaates Texas, immerhin einer der größten der USA, füllen könnte, selbst wenn man jedem Menschen dort noch ein Stück Land von 600 Quadratmetern zusprechen würde. Von Platzmangel kann bis jetzt keine Rede sein. Das kann sich aber ändern, wenn Menschen durch atomare, biologische, chemische und intelligente Waffen große Teile der Erdoberfläche zu unbewohnbaren Gebieten wandeln. Damit wird ein Mangel geschaffen und Land in einem noch bewohnbaren Gebiet zu einem monetär profitablen Gut. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es darum erneut zu bewaffneten Konflikten kommt, woran die Waffen- und Rüstungsindustrie ein großes Interesse haben. Lebensweisen Wieder haben wir das Prinzip der Wegnahme. Das Leben auf Kosten von anderen. Es ist für die meisten Menschen nur schwer vorstellbar, dass es Menschen gibt, denen lediglich ihr Luxus, ihr Reichtum und ihre Bequemlichkeit wichtig ist. Und sie machen sich viele Gedanken darüber, wie sie regelmäßig ihr Adrenalin erhöhen können, um die Langeweile in ihrem Leben zu vertreiben. Und einige davon versuchen damit noch, die Anerkennung von anderen zu erringen. Andere Menschen und jegliche Art von anderem Leben ist ihnen aber sonst schlicht egal. Es ist kaum zu glauben, dass es sie gibt, doch sie sind existent. Sonderbarerweise werden genau diese Menschen als erfolgreich und ihre Lebensweise als erstrebenswert angesehen. Erkenntnis Wir können also festhalten, dass Armut nicht aufgrund von Überbevölkerung und Welthunger nicht aufgrund von natürlicher Nahrungsmittelknappheit entsteht, sondern aufgrund von Lebensweisen weniger, welche auf der Wegnahme und dem Verwehren von Gütern beruhen. Ein Gesellschaftssystem, das allen Menschen einen wenigstens lebensfähigen Wohlstand geben kann, beruht nicht auf Geld, nicht auf Handel, wohl aber auf einer Kooperation und Zusammenarbeit. Untertitelung. BR 2018